Pitten Werbetechnik, aber nicht persönlich. Hoffentlich sind Sie nicht enttäuscht, dass Sie mit mir, dem Anrufbeantworter der Firma Pitten Werbetechnik aus Köln, vorlieb nehmen müssen. Immerhin kann ich Herrn Pitten mitteilen, dass Sie ihn angerufen haben. Dazu brauche ich aber Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Mein Chef ruft Sie dann gleich zurück. Sie können nach dem Musikende mit mir sprechen. Wir geben Ihrem Erfolg eine Stimme. Professionelle Telefonansagen. Vom ersten Ton an überzeugen. Qualität, die man hört. Mit Telefonansagen vom Medi-Musikstudio.